Ich glaube, keine Marke ist in den letzten zwei Jahren so bekannt und beliebt geworden wie Neonail. Ich habe keine Ahnung von Nagellacken, umso mehr von Make-up. Und deswegen testen wir heute die komplette neue Make-up-Kollektion von Neonail, über die gefühlt niemand anderes spricht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Happy Birthday to me. Ich habe heute hier was ganz, ganz, ganz Besonderes, auf das ihr mich aufmerksam gemacht habt. Und zwar habe ich mitbekommen, dass Neonail Make-up rausgebracht hat. Und ihr kennt Neonail mit Sicherheit. Das ist dieser Nagellack, der vor allen Dingen mit dieser UV-Lichtlampe gut funktioniert und dieses Studio-Gefühl nach Hause gebracht hat. Jetzt kam Make-up raus und ihr habt mir das vor anderthalb Wochen ungefähr geschickt und ich habe das auch parallel sogar bei Neonail selber gesehen. Zufälligerweise wurde mir das in den Instagram-Feed gespült. Und ich habe davon irgendwie seitdem nichts mehr gehört oder gesehen. Ich habe keine Reviews gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Deswegen bin ich heute hier, damit ihr euer Geld spart, falls das Ganze nichts ist. Und falls es euch gefällt, wisst ihr, dass es gut ist. Freunde, ich bin richtig, richtig gespannt. Heute ist mein Geburtstag. Also, das Video ist natürlich vorgedreht. Es würde mich nicht wundern, wenn ich auch an meinem Geburtstag hier sitzen würde. Aber nein, ich habe mir vorgenommen, morgen, also heute, nichts zu tun. Ihr könnt mir natürlich gerne schon einmal in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrungen mit Neonail sind. Ich habe, wie gesagt, damit gar keine Erfahrung. Ich habe einmal ein PR-Paket von Mrs. Bella bekommen. Da haben mir die Farben sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dafür natürlich gar keine Verwendung, weil ich keinen Angellack trage. Aber Make-up trage ich sehr, sehr gerne. Die Vorschläge hüpfen auch einfach direkt rein. Das Ganze ist so ein bisschen cleaner gehalten, also sehr reduziert, was die Verpackung angeht. Wir haben eine schlichte, weiße Papierverpackung. Und das Ganze sieht so ein bisschen medizinisch aus, was ich gar nicht schlecht finde. Erinnert mich ein bisschen an Typology, was dann natürlich auch dieses reduzierte, leichte Gefühl vermittelt. Das Ganze soll die Haut verbessern, vor allen Dingen die Foundation. Even Skin Tone. 100% Weichzeichnung und 85% Luminous Look. Das ist der Primer und der klingt schon echt spannend. Hier ist Niacinamid mit drin, Hyaluronsäure Salz. Ah, ist ja spannend. Hier ist also nicht nur Hyaluronsäure drin, sondern das Salz der Hyaluronsäure, weil es eine höhere Bio-Verfügbarkeit haben soll als pure Hyaluronsäure. Sehr, sehr spannend, kann ich, keine Ahnung. Und Cantella Asiatica Extrakt hat einen regenerativen Effekt und sorgt dafür, dass die Haut sich schneller selbst heilt und soll sogar die Kollagensynthese anregen. Das klingt sehr, sehr spannend. Ist vegan, ist cruelty-free und ist made in EU. Also ich denke mal in Polen. Wir starten einfach mal. Hier ist das Serum. Das ist das Intense Serum Pure Perfecta. Und das hat hier so kleine Kugeln mit drin. Man erinnert mich so ein bisschen an den Primer von Love. Den gab es ja auch mal. Oder an diese Chanel Le Beige Foundation. Ich pumpe jetzt hier einmal zwei Pumpstöße raus. Die Kugeln platzen auch gleich auf. Und das ist sehr, sehr wässrig. Ich mische mir das Ganze mal an der Hand. Dann wirkt es so ein bisschen milchig. Sieht sehr, sehr schön flüssig aus. Und ich kann jetzt auch keinen richtigen Duft wahrnehmen. Also so ein bisschen kosmetisch würde ich ihn bezeichnen. Sehr, sehr leicht. Ja, ja, sehr, sehr flüssig. Und ihr seht sofort diesen, ja, etwas... Es hinterlässt tatsache so einen ganz, ganz leichten Rückstand von dieser Helligkeit. Aber der zieht wahrscheinlich gleich ein. Und es ist auch sofort eingezogen. Deswegen nehme ich nochmal ein bisschen mehr. Wahrscheinlich ist meine Haut so durstig. Ihr seht das, ne? So ein bisschen weißlich wird. Und dann blendet man das ein. Und dann ist es weg. Fühlt sich auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut an. Sehr, sehr leicht. Ich vermute auch, dass die komplette Kollektion eher so ein bisschen in diese Leichtigkeit gehen soll. Und finde ich persönlich erstmal gar nicht schlecht. Ihr wisst es, was ich mache, wenn ich die Möglichkeit habe, die Shade Ranges zum Teil zu haben. Ich habe die Sachen selber gekauft. Deswegen habe ich die hellste, meine und die dunkelste Farbe gekauft. Und die swatche ich euch natürlich auch einmal. Wir starten mit 01 Porcelain. Ein bisschen hier. Dass ihr die Farben schon mal gesehen habt. Dann habe ich Natural. Sechs Farben gab es, glaube ich. Natural sieht jetzt aber auch nicht viel dunkler aus. Wir schauen mal. Und wir haben noch die Farbe Caramel 06. Muss ich ein bisschen pumpen. Ah, okay. So dunkel ist sie Tatsache gar nicht. Aber ihr seht es. Also es ist ein bisschen Shade Range da. Es ist jetzt nicht so dunkel, wie es vielleicht sein könnte. Aber ihr habt es gesehen. Ich finde es erstmal okay. Ich finde jetzt zwischen 1 und 3 den Unterschied nicht so krass. Und hier könnte es natürlich noch ein Stückchen dunkler sein. Aber so habt ihr die Farben einfach schon mal gesehen. Und jetzt zeige ich euch auch die Foundation. Die kommt nämlich in so einem pumpigen Puppespender. Get the Power of Niacinamid, Vitamin E und Lichtschutzfaktor 30. Eine Skin Improving Foundation. Das ist schon ein krasser Claim auf einer Foundation. Und preislich habe ich mit etwas Höherem gerechnet. Als ich die Verpackung gesehen habe. Als ich die Kampagne gesehen habe. Das muss ich dazu sagen. 67,5% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Und vegan friendly. Anti-aging. Blending. Mattifying Effect. Jetzt wird es spannend. Ein Mattifying Effect. Nourishing. Also Feuchtigkeit spenden. Pflegen. Weichzeichnend. Und dann kommt aber luminous Look. Ja was denn jetzt? Luminous. Oder Mattifying. Die Foundation soll man mit einem Schwämmchen oder einem Brush auftragen. Es gibt wohl auch Brushes von Neonel. Die habe ich jetzt nicht gekauft. Genauso wie die Mascara oder so. Sieht aber auch sehr sehr spannend aus. Ich glaube, dass ich mir so ein bisschen Farbe zusammen mischen muss. Wobei ich finde, dass die mittlere jetzt so ein Stückchen oxidiert hat. Wir gehen jetzt erstmal mit der 3. Habt ihr die Produkte schon getestet? Dann schreibt es mir unbedingt einmal in die Kommentare. Da bin ich natürlich super gespannt drauf. Und jetzt nehmen wir einmal hier die... Wir schauen mal, wie sie sich farblich... Ah, sie ist zu hell. Ich mische mir mal ein ganz kleines bisschen 06 mit rein. Ja, passt wesentlich besser. Also man muss es so ein bisschen... Ich muss es jetzt zumindest so ein bisschen anmischen. Ich würde fast von der Farbe ein Stückchen dunkler... Ja, es könnte sogar noch ein Stückchen dunkler sein. Ich habe aber auch extrem viel Serftain drauf. Sie riecht ein bisschen mentholig. Das kann aber das Niacinamid sein. Das weiß ich jetzt nicht. Ich arbeite jetzt das Ganze mal mit einem Pinsel ein. Und habe eine sehr sehr hohe Deckkraft. Okay, come on. Ja, also diesen mentholigen Duft kann ich wahrnehmen. Bin gespannt, wie meine Augen darauf reagieren. Und das arbeite ich mir dann mit einem kleinen Schwämmchen nochmal ein bisschen präziser ein. Ich glaube auch im direkten Vergleich könnt ihr das Ergebnis ganz gut sehen. Die Deckkraft ist zwar da, aber nicht zu doll. Also meine Haut ist im Moment auch recht stark gerötet und gereizt. Das ist einfach das Wetter. Das gehört jetzt dazu. Sie sieht aber sehr 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 schön auf der Haut aus. Ich gehe mal mit dem Spiegel ran. Oh ja, sehr weich. Fast so ein bisschen wie die Typology Foundation. Nur ein bisschen mehr. Hat sich sehr sehr gut einblenden lassen. Ich hole euch mal noch ein Stückchen näher ran. So, ich habe das Licht einmal weggedreht, dass ihr auch das Porenbild ein bisschen erkennen könnt. Also, man erkennt nicht unbedingt, dass man Fondage drauf hat. Hier habe ich Color Corrector drauf. Und ihr seht auch hier so ein paar Unreinheiten an der Nase. Und wenn ich mich drehe, ist sie schon sehr weich gezeichnet. Und ich verstehe so ein bisschen, was sie meinen mit Luminous und Matt. Das ist ganz verrückt, weil wenn ich ganz nah rangehe, auch mit meinem, wenn ich ganz nah schaue, sieht sie mattiert aus. Aber trotzdem natürlich. Also es ist, ich würde sie als, ja, semi-matt bezeichnen. Weder luminous noch super matt. Ich müsste jetzt nicht unbedingt Puder benutzen. Gefällt mir auf den ersten Eindruck sehr sehr gut. Die Rötungen sind weg. Mag ich gerne. Wir machen mal die andere Seite. Im ausgeblendeten Zustand sieht die Foundation Tatsache, dass ich, ich kann es nicht beschreiben. Lasst euch bitte nicht von dem Licht täuschen. Ich drehe es euch weg. Dann seht ihr, es ist zwar ein bisschen dunkler jetzt, aber ihr seht, so glowy ist sie gar nicht. Also so klar an den höchsten Punkten ein bisschen. Das ist aber einfach auch dem Licht geschuldet. Bewegung ist da, aber nicht so doll wie gedacht. Und das finde ich sehr sehr spannend. Wir lassen die jetzt mal ein paar Minuten einfach ungesettet auf der Haut, weil eventuell sie sich noch so ein bisschen mit der Haut verbindet. Vielleicht creased sie auch gleich extrem irgendwo hin. Oder sie oxidiert massiv. Glaube ich nicht. Aber, erster Eindruck ist gar nicht schlecht. Wir tragen sie natürlich heute den ganzen Tag. Es gab auch passend dazu den Concealer. Ich habe ihn jetzt in der Farbe Natural und Gold genommen. Ich swatch auch hier einmal beide. Ah, okay. Krass. Das hat einen anderen Applikator. Erinnert mich so ein bisschen an den Huda Beauty Overachiever Concealer. Das mag ich nicht so gerne, diese Applikatoren. Die sind aber sehr hygienisch. Ich nehme jetzt erstmal hier die 4. Der ist, uh, uh, der ist, äh, Vitamin E. Der sieht so aus, als hätte der Sand drin, wenn er rauskommt. Und dann muss man ihn so ein bisschen cremig machen. Und dann, wahrscheinlich ist das verkapselte Niacinamid oder so. Wir stempeln uns den jetzt einfach mal hier unter die Augen. Der hat auch einen Lichtschutzfaktor von 10 und hat Regeneration, Feuchtigkeitsspendend, Radiant Look, Smoothing. Da steht jetzt nicht Mattifying mit drauf. 98% natürlich Inhaltsstoffe. Krass. Sehr auffällend. Die 4 passt perfekt. Jetzt, äh, zu dem Make-up, was ich gewählt habe. Auch hier, der ist sehr, sehr pastig. Aber nicht, also er schmilzt. Und das ist ganz spannend, wenn du verkapselte Produkte in ein Produkt mit reinmachst. Dann musst du natürlich auch schauen, dass die Stabilität des Produkts gewährleistet ist. Und dann wird es eher ein bisschen viskoser, ein bisschen fester. Und sobald Wärme rankommt, deine Hautwärme, wird das alles ein bisschen weicher. Und schmiegt sich dann sehr, sehr schön an. First Impression. Deckkraft. Top. Feeling auf der Haut auch sehr, 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 sehr gut. Oh, jetzt kriege ich Lust, mir die Nägel zu lackieren. Ich bereite mir das wieder in der Hand, lasse die Kügelchen aufplatzen. Also das ist natürlich so ein bisschen mehr Arbeit. Aber wenn du Skincare in deinem Make-up haben möchtest, dann musst du es halt so machen. Aufhellend ist er definitiv, auch in der Farbe, die jetzt passen soll. Ich schaue gleich nochmal mit der etwas helleren Farbe nach. Sieht frisch aus. Es ist mehr Deckkraft, als ich erwartet habe. Ich habe wirklich jetzt so mit Typology gerechnet. Wir probieren nochmal die Farbe 3. Ja, die ist wesentlich heller. Und hier hin. Ist mal wieder ganz spannend mit Fingern zu arbeiten, weil ich das ja selten mache. Aber ich finde, dadurch hast du einfach nochmal eine ganz, ganz andere Textur. Okay, also 3 ist wirklich wesentlich heller. Die blende ich mir jetzt hier auch noch mit rein. Und muss sagen, erster Eindruck gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich lese natürlich auch nicht, wenn ich Sachen, also wenn ich das kaufe, dann lese ich jetzt nicht genau durch, sondern ich schaue einfach, welche Farbe könnte passen. Oder ich kaufe einfach alle, damit ihr dann auch alle seht und ihr dann mehr Chance habt, die richtige zu finden. Gefällt mir vom ersten Eindruck sehr, sehr gut. Die Haut sieht nicht zu künstlich aus, hat aber trotzdem eine Deckkraft. Also dieser leichte Glow kommt jetzt auch wieder durch, durch die Foundation. Der Concealer hat aufgehellt. Top! Wie ist euer Eindruck gerade? Ich bin, das ist halt immer so schwierig, euren Eindruck dann mit reinzunehmen. Und dann lese ich immer die Kommentare und denke so, krass, was, habe ich was ganz anderes mit gerechnet? Und mir gefällt das Ganze jetzt sehr, sehr gut. Ich überlege, ob wir vielleicht mit der dunkleren Farbe, ja wobei, eigentlich brauchen wir das nicht, so ein bisschen bronzen können vielleicht. Ginge, aber dafür ist es jetzt die falsche Farbe. Okay, also bei der dunkelsten würde ich mir vielleicht noch eine dunklere wünschen. Einfach, dass es noch ein bisschen inclusiver ist und dass das Spektrum ein bisschen breiter gefächert ist. Das ist ansonsten texturenmäßig wunder, wunder, wunderschön. Eine Sache gab es noch und zwar ein Puder. Und ihr wisst es, ich liebe Puder über alles und da gibt es das Intense Serum Powder mit Niacinamide, Mica und SPF-10. Das hat auch einen Lichtschutzfaktor mit drin. Das wird dann wahrscheinlich Zinnoxid mit sein. 100% Matte, 100% Matte, 94% Healthy Skin gives a Radiant and Rested Skin Effekt. Es verwirrt mich. Auf der einen Seite steht Mattifying, auf der anderen Seite steht Healthy Radiant Skin. Soll die Haut optisch verfeinern und Imperfections reduzieren bei regelmäßigem Gebrauch. Klingt sehr spannend. Die Verpackung erinnert mich sehr, sehr stark an Gisela Mood. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Geht auch so ein bisschen in die Labrie-Richtung. Sieht hochwertig aus, ist jetzt Kunststoff. 10 Gramm sind mit drin und dann kann man das aufdrehen und dann habt ihr hier so einen Applikator. Das benutze ich nicht. Das ist mir einfach zu... Da kannst du die Scheibe mit einschlagen. Die Verpackung ist jetzt nicht die hochwertigste, aber es sieht sehr, sehr, sehr gelb aus. Soll aber translucent sein. Ich gebe mir mal ein bisschen was auf den Handrücken. Ja, es sieht ein bisschen gelblich aus. Oh, sehr, sehr fein. Aber spannend. Das ist nicht so... Also ihr kennt ja, wenn so ein Puder sich so ein bisschen silikonig anfühlt. Das fühlt sich jetzt nicht. Es sieht aus, als hätte es so eine leichte Deckkraft. Und so gelb sieht es dann auch nicht mehr aus. Ich bin gespannt, wie das Ganze mit dem Concealer funktioniert. Gehe jetzt nochmal hier so ein bisschen unter meinen Augen lang. Und wir machen jetzt erstmal ein bisschen Cream Blush rauf. Dafür benutze ich den hier von Rare Beauty. Schön. Ich liebe die Base gerade. Und das ist so ein kleiner Trick, wenn ihr Angst habt, dass ein Puder beim ersten Anwenden zu gelb wird, dann nehmt euch... Und da, jetzt wird es schwierig, weil ich... Okay. Vielleicht probieren wir es doch mal so. Ich tupfe jetzt erstmal hier über meine Stirn. Also du kannst es halt hier nicht drücken. Du kriegst nicht so wirklich Produkt raus. Aber irgendwie schon. Es wird jetzt nicht gelb. Hä? Also ich glaube, ihr seht den Unterschied zwischen dieser Seite hier und dieser Seite. Die ist sehr ebenmäßig geworden. Ich mache es jetzt mal so, wie ich es üblicherweise machen würde. Ich gebe mir ein bisschen Puder in den Deckel. Microfiber Multi-Tool Mini. Das mache ich erstmal voll und das arbeite ich dann in die Hand ein. Das ist sehr, sehr fein und du brauchst nicht viel. Und dann kann man... Also, auf der Stirn hat es mich gerade umgehauen. Es hält auch extrem auf. Und jetzt schaut euch... Ich hole euch nochmal ran. So könnt ihr den Glow hier sehen. Ich habe jetzt nur noch den Rest hier dran. Und das presse ich jetzt einfach hier rein. Und das mattiert, ohne dass es die Farbe verändert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich gehe auch gleich hier unten lang mit so einer leichten Schicht. Und dann habt ihr erstmal so ein bisschen Sicherheit und könnt dann mit ein bisschen mehr Puder hier lang gehen. Das mattiert sehr, 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 sehr gut. Oh, ich bin überrascht. Sagen wir so. Ich meine, erfahrungsgemäß, wenn Brands mit Make-up rauskommen, die keine Expertise in Make-up hatten vorher. Dann ist es meistens entweder so ein bisschen... Oder... Top und Flop. Und das Ganze ist gerade aber leider extrem überraschend. Also es sieht wunder, wunderschön aus. Die ganze Haut im Allgemeinen sieht sehr weich gezeichnet, aber trotzdem nicht trocken aus. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön gerade. Wow, wow, wow. Ich habe das Make-up einmal so ein bisschen fertig gemacht. Noch ein bisschen Blush, noch ein bisschen Bronzer draufgegeben. Und muss sagen, Start ist jetzt. Krass. Ich hoffe inständig, dass sich das Ganze jetzt über den Tag gut verhält. Ich habe ein bisschen was vor heute. Ich muss jetzt gleich erstmal einkaufen gehen. Ich muss den Haushalt machen. Morgen ist Geburtstag und dann ist Weihnachten. Ich habe keine Lust mehr, die nächsten zehn Tage hier irgendetwas im Haus zu machen. Deswegen mache ich das alles heute. Und ich nehme euch so ein Stückchen mit. Ich mache euch mal ein paar Updates. First Impression. Phänomenal. Wirklich fantastisch, wie das sich auf der Haut macht. Auch wenn ich euch nah ranhole, dann seht ihr, da ist es jetzt scharf, dass es alles noch so ein bisschen Bewegung hat, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Deckkraft. Haltet das Video jetzt gerne einmal an und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Ergebnis gefällt. Und wir sehen uns gleich wieder. Guess what, Freunde? Kleine Planänderung. Ich habe es tatsache nicht geschafft, heute zwischendrin zu filmen. Aber deswegen bin ich jetzt hier nochmal ins Studio gekommen, um euch alles zu zeigen. Es ist mittlerweile 16 Uhr, das heißt, ich habe die Formation knapp acht, neun Stunden drauf und ich finde es echt schön. Ich glaube, dass man sieht, dass sie an einigen Stellen ein bisschen glowy geworden ist. Vor allem hier in dem Bereich, wo ich sehr, sehr wenig Puder benutzt habe. Die Stirn sieht phänomenal aus. Wunder, wunderschön. Genauso wie auch der untere Augenbereich. Es hat alles sehr, sehr gut gehalten und meine Haut, und das hatte ich in letzter Zeit komischerweise sehr, sehr oft, ich weiß nicht, woran es lag, dass meine Haut sich beim Make-up tragen sehr, sehr trocken angefühlt hat. Das habe ich heute überhaupt nicht. Ich würde fast sagen, dass die Foundation für euch was wäre, wenn ihr eine eher trockenere bis normale Haut habt. Sobald ihr in die ölige Richtung geht, braucht ihr wahrscheinlich einen anderen Primer oder ein anderes Puder. Entweder oder, weil sich das dann so ein bisschen ausgleicht. Man sieht schon diesen Luminous Matte-Effekt am Anfang, zum Ende des Tages oder je länger er sie tragt, desto leuchtender wird sie auch. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe heute sehr, sehr viel gemacht, was nicht so einer typischen Foundation-Review gleichkommt. Ich war einkaufen, ich habe Maske getragen, ich habe das Haus sauber gemacht, ich habe den Backofen sauber gemacht. Dafür sieht sie sehr, sehr gut aus und mir hat es echt Spaß gemacht, die Sachen zu benutzen, weil ich ja, wie am Anfang schon gesagt habe, echt selten finde, dass Brands, die mit anderen Sachen irgendwann rausgekommen sind und dann zum Make-up übergehen, meistens eher so semi-gut sind. Das war Top-Qualität. Shade-Range ist ein bisschen ausbaubar. Ansonsten sehr, sehr schön. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten von Neonel sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ihr süßen, süßen Mäuse, habt einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, egal wann ihr das Video seht. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!